Im heutigen Video zeige ich dir, wie man ein Skript schreibt, um einen Account anzulegen. Los geht's! Hi, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Vitali Mik und auf diesem Kanal helfe ich PHP-Entwicklern besser zu werden. Jeden Freitag bringe ich ein Video zu den Themen PHP, Webentwicklung und Spielentwicklung heraus. Wenn du dich also für diese Themen interessierst, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Letzte Woche habe ich hier in dem Video das Mikro-Framework Funky vorgestellt. Und im heutigen Video schreiben wir ein Registrierungsskript auf diesem Framework. Aber keine Sorge, du kannst natürlich auch ohne dieses Framework dann den Skript umsetzen, weil alle meine Funktionen, die habe ich auch standalone programmiert und die findest du auch in meinen anderen Videos. Du kannst also Einzelteile aus dem Video herausnehmen und für deinen eigenen Skript wiederverwenden. Du musst nicht das gesamte Framework automatisch installieren. Ich werde heute auch ein wenig anders vorgehen. Ich habe schon mein Skript vorgeschrieben und ich werde dir einfach nur die einzelnen Stellen im Skript zeigen und nach und nach aufdecken, weil das Tippen und so weiter würde viel zu lange dauern und mal ganz ehrlich, keiner hat Lust, jemandem beim Tippen zuzugucken. Den Quellcode zu dem Video findest du natürlich wie gewohnt in der Videobeschreibung. Dann fangen wir doch direkt damit an. Als erstes habe ich einen Modulordner in meinem Source-Verzeichnis angelegt. Das Modul habe ich Account genannt. In dem Account-Modul habe ich zunächst die Module-PHP angelegt. Die Module-PHP hat einfach nur ganz oben die Klasse, damit ich das dann später über den Autoloader einbinden kann. Im Ordner Configs in der Module-PHP mache ich das dann auch direkt. Ich rufe einfach das Modul auf und rufe damit die Lot-Funktion auf. Als nächstes braucht normalerweise jedes Modul eine Roots-PHP, wo dann die einzelnen URLs definiert sind. Die Roots-PHP habe ich natürlich als erstes in meinem Moduls-Ordner angelegt und dann anschließend in der Modul-PHP eingebunden. Wie du sehen kannst, wird in der Roots-PHP einfach nur konfiguriert, bei welcher URL welche Funktion ausgeführt werden soll. In unserem Fall haben wir jetzt hier die Route Account-Create definiert und die ruft dann die View-Registration-Form-Funktion auf. Außerdem habe ich hier als dritten Parameter ein Get angegeben. Das bedeutet, dass wenn wir die URL einfach nur aufrufen, soll diese Funktion ausgeführt werden. Wenn ich die URL mit einem Formular-Submit anspreche, dann wird diese Funktion nicht ausgeführt. Das machen wir dann später. Die View-Registration-Form-Funktion ist eine Action und für die Action habe ich auch eine Actions-PHP angelegt und in meinem Modul auch included. Schauen wir uns doch mal diese Action an. In der Action muss ich am Anfang einfach nur vordefinieren, welche Variablen sollen in meiner Form dargestellt werden. Also wir haben einmal eventuelle Fehlermeldung, wir haben einen Benutzername, Passwort, Passwort wiederholen, E-Mail und ich habe hier nochmal die Terms eingebaut, also AGBs akzeptieren. Wenn wir diese Daten zusammen haben, lassen wir diese einfach durch unsere Template-Engine rendern. Dazu verwenden wir hier die Registration-PHP aus dem Templates-Verzeichnis. Die Registration-PHP sieht wie folgt aus. Also ihr habt hier einfach nur ein Standardformular, was man so als Bootstrap kennt. Also sprich, ihr habt hier ein Diff für eine Formengruppe, ein Input-Feld und ein Label. Jedes der Ausgaben, die ich in der Template mache, muss auf jeden Fall escaped werden, es sei denn du willst HTML-Code ausgeben. Gut, die Fehlermeldung habe ich jetzt nicht escaped, weil den String setze ich da rein und das kommt nicht aus einer Eingabe des Users. Ich kann das Ganze ja jetzt zeigen, wenn ich jetzt Localhost Funki und dann unsere URL Account Create aufrufe, dann seht ihr diese Form. Die Form wird abgeschickt mit einem Post-Request an die Action Account Create. Also müssen wir jetzt eine Route definieren für Account Create, die auf Post reagiert. Dazu gehe ich dann in Roots-PHP und definiere eine zweite Route für Account Create. Dabei soll aber die Funktion Account Create Action aufgerufen werden und diese Route soll auf Post-Request reagieren können. Schauen wir uns doch zunächst die Create Account Action an. Als allererstes sammle ich in dieser Action alle meine Eingabe-Variablen zusammen. Ich nutze hierfür keinen globalen Post-Array, sondern nutze die Funktion Filter Input. In der Funktion Filter Input muss man angeben, woher will man die Daten beziehen, also aus einem Post oder Get oder Session und so weiter. Dann wie die Felder heißen und eventuell ein Filter hinten ansetzen. Mit dem Filter werden dann die Eingaben gefiltert und Sonderzeichen werden dann heraus entfernt, beziehungsweise auch HTML-Code. Beim Passwort habe ich das allerdings nicht gemacht, weil eventuell möchte man ja da ein Passwort-Sonderzeichen haben, plus es wird nachher eh alles zusammengehasht und in die Datenbank kommt gar nicht der String rein. Für E-Mail habe ich zum Beispiel den E-Mail-Filter benutzt. Der entfernt auch alle Zeichen, die in einer E-Mail nicht vorhanden sein dürfen. Bei den AGBs akzeptieren habe ich mir das ganz einfach gemacht. Da überprüfe ich nur, ob der Wert einfach auf On gesetzt ist. Zusätzlich zu den Eingaben möchte ich noch überprüfen, ob die eingegebene E-Mail bzw. der Username in der Datenbank bereits vorhanden ist. Ich möchte nämlich keine doppelten Einträge haben. Dazu habe ich eine Funktion definiert, die heißt istEmailUsed bzw. istUsernameUsed. Aber diese Funktionen sind in einer Repository-PHP definiert. Die binde ich natürlich auch in mein Modul PHP ein und danach erstelle ich auch die PHP-Datei. Ich definiere gerne alle meine Funktionen, die mit Datenbank zu tun haben, in einer Repository-PHP. Ich trenne dadurch halt gerne meine Zuständigkeiten. Also alles, was mit Datenbank zu tun hat, kommt in Repository-PHP. Alle Actions kommen in die Actions rein und so weiter. In der Repository-PHP definiere ich dann meine erste Funktion istEmailUsed. Man sieht hier ganz einfaches SQL-Query und die Eingabe wird per Escape String escaped, so dass da auch keine SQL-Injections reinkommen. Wenn es ein SQL-Problem gibt, dann triggere ich eine Fehlermeldung. Ansonsten returne ich True oder False, je nachdem ob die E-Mail vorhanden ist oder nicht. Ich kann das ja mal zeigen, wie das so in der Form aussieht. Ich gebe jetzt erstmal nichts ein, drücke einfach nur auf Account anlegen an und dann sehen wir unsere Fehlermeldung. Das Problem ist, dass wir die Datenbankverbindung noch nicht definiert haben. Die Datenbankverbindung definieren wir, indem wir einfach die Database-Example-PHP aus dem Config-Verzeichnis kopieren, einfügen und anschließend den Database umbenennen und dort tragen wir einfach unsere Zugangsdaten ein. Da wir jetzt die Zugangsdaten angelegt haben, wird es ja langsam Zeit, um die Datenbank anzulegen. Als meine Datenbankverwaltungssoftware nutze ich eher HeidiSQL statt phpMyAdmin. Der Download-Link zu HeidiSQL findest du unten in der Videobeschreibung. Das Programm sieht ungefähr so aus. Und hier haben wir unsere Datenbank angelegt für das Projekt Funky. Mit Rechtsklick kannst du hier eine neue Tabelle erstellen. Die habe ich bereits hier schon angelegt. Ich nutze gerne HeidiSQL, weil es eine native Software ist, die auf deinem Computer installiert ist. Dadurch ist das wesentlich performanter, besonders bei größeren Tabellen als zum Beispiel phpMyAdmin. Außerdem, viele Leute gewöhnen sich an phpMyAdmin und installieren das auch auf ihrem Live-System. Das Problem ist, dass phpMyAdmin oft Sicherheitslücken hat. Nur aktualisiert halt niemand sein eigenes phpMyAdmin. Aus diesem Grund hat zum Beispiel 1&1, der Hoster, hat vor phpMyAdmin eine eigene Login-Webseite geschaltet, weil es wäre sonst viel zu gefährlich. Deswegen am besten gar nicht erst phpMyAdmin nutzen. Und wenn ihr bei einem Web-Hoster seid, könnt ihr in der Regel auch noch HeidiSQL verwenden mit einem SSH-Tunnel. Dazu mache ich auch mal irgendwann ein Video. Also hier haben wir unsere Tabelle angelegt mit dem üblichen Username, E-Mail und so weiter. Die Passwortlänge habe ich auf 255 Zeichen gesetzt, weil es so auf phpMyAdmin empfohlen wurde. Bei Username und E-Mail habe ich mit Rechtsklick, Neuen Index, ein Key angelegt. Mit einem Key lässt sich dann die Datenbank viel schneller durchsuchen und so kriegen wir viel schneller unsere Ergebnisse. Zusätzlich zu dem normalen Key habe ich noch ein Unique-Key-Proof-Feld angelegt. Das ist dafür, falls warum auch immer ein doppelter Username oder doppelte E-Mail in die Datenbank reinkommt durch irgendeinen Bug oder so, dann gibt es eine SQL-Fehlermeldung. Somit stelle ich sogar auf der Datenbank-Ebene sicher, dass ich keine doppelten Einträge habe. Jetzt haben wir die Tabelle mit dem Benutzer und die Funktion, die die E-Mail überprüft. Die kopiere ich jetzt einfach für den Benutzernamen. Wie du sehen kannst, macht die Funktion dasselbe wie die von der E-Mail. Jetzt haben wir alle Eingaben zusammengesammelt. Als nächstes kommt die Verarbeitung der Daten. In der Verarbeitung möchte ich die Daten zunächst erstmal validieren. Dazu habe ich eine Funktion erstellt, Validate Account Creation. Und diese Funktion landet bei mir in Validators PHP. Da sammle ich alle meine Validatoren zusammen. Wie du siehst, auch hier trenne ich die Zuständigkeiten der Funktionen. Die Validators PHP muss ja auch natürlich in der Modules PHP eingebunden werden. Die Funktion Validate Account Creation ist relativ simpel. Ich hole mir alle Eingabefelder, überprüfe die und dann returne ich dann eventuell eine Fehlermeldung oder mehrere Fehlermeldungen. Die ganzen Fehlermeldungen werden in einem Array gesammelt und das Array wird zum Schluss zurückgegeben. In der Action wiederum überprüfe ich, wenn ich gar keine Fehlermeldungen habe, dann erstelle ich ein Account. Und wohin kommt die Create Account Funktion rein? Natürlich in mein Repository. Die Create Account Methode ist auch total simpel. Ich nehme einfach nur meine Eingabefelder und trage diese direkt in die Datenbank ein. Dazu nutze ich die Funktion sprintf, um mir den SQL String zusammenzustellen. Mit sprintf kannst du bestimmte Variablen bzw. Platzhalter in deinem String definieren, wie hier mit %s. Und diese dann mit einem Wert belegen. Auch hier escape ich alle meine Eingaben, außer das Passwort. Das Passwort wird gehasht mit einer eigenen Funktion HashPasswort. Die HashPasswort Funktion habe ich in einer Datei angelegt, die nenne ich ServicesPHP. Services sind so allgemein gehaltene Funktionen, die konfiguriert werden können. Wenn du zum Beispiel eine externe Bibliothek benutzt, wird das auch eventuell in einem Service verpackt werden. Die ServicePHP lege ich auch an und inklude in meiner ModulesPHP. Da haben sich jetzt ganz schön viele Dateien zusammengesammelt. In der ServicePHP habe ich jetzt die HashPasswort Funktion definiert und dort rufe ich im Grunde nur PasswortHash auf von PHP. Der Grund ist, warum ich diese Funktion herausgebaut habe, ist, damit du in dieser Funktion deine Konfigurationen vornehmen kannst, dein Hash irgendwie selbst zusammenbauen kannst und die Funktion, um einen Account anzulegen, interessiert sich nicht dafür. Sie soll das auch gar nicht wissen. Sie kriegt einfach nur ein String und verbaut das in der Datenbank. Du könntest ja vielleicht in Zukunft ein Skript finden, der irgendwie besonders stark das Passwort hasht und das Ganze dann dort übertragen und mehr musst du nichts einstellen. Also zurück zu Account Creation. Sobald das Account angelegt wurde, returne ich dann entweder ein True oder False zurück. Wenn die SQL Query nicht in Ordnung ist, gibt es natürlich wieder eine Fehlermeldung. Und wenn das Account angelegt wurde, triggere ich anschließend ein Event, dass das Account angelegt wurde, damit sich andere Module da andocken können. Ein Video zu den Events habe ich auch gemacht, das habe ich hier oben verlinkt. Für den Eventnamen habe ich eine Konstante angelegt, damit wenn jemand später die Events benutzen möchte bzw. gucken möchte, okay, an welche Events kann ich mich andocken, braucht er nur in seiner IDE Event einzutippen und dann sieht er schon die Liste an verfügbaren Konstanten. Und die Konstanten kommen in die Events.php rein. Die habe ich natürlich auch angelegt und in Modules.php eingebunden. Die Events.php ist ganz simpel. Ich definiere einfach nur die Konstante und fertig. Nachdem ich einen Account angelegt habe, möchte ich eine Registrierung erfolgreich Meldung anzeigen, aber auf der Startseite vom Projekt. Das macht man in der Regel mit einer Flash Message. Eine Flash Message ist einfach nur eine Meldung, die wird einmalig gesetzt und dann sobald sie angezeigt wurde, wird diese Meldung wieder vergessen. Das macht man deshalb, weil du definierst eine Meldung, dann machst du eine Weiterleitung und auf der weitergeleiteten Seite zeigst du dann diese Meldung an. Zum Glück gibt es auch schon in Funki die Funktion für Flash Message, die hatte ich schon da definiert. Und die funktioniert so, dass ich einfach nur eine Message ID übergebe. Das kann irgendein String sein. Du kannst da auch mehrere Meldungen angeben. Anschließend verwende ich die Funktion Redirect und leite um auf einfach nur Slash in der URL. Vorher definiere ich aber noch einen Fehler, falls ein Account nicht angelegt wurde, damit ich hier kein Else definieren muss. Und so sieht dann die Verarbeitung in meinem Registrierungsskript aus. Ich validiere die Eingaben, erstelle einen Account und wenn alles gut ist, speichere ich eine Meldung ab und leite weiter. Die Flash Message muss ich natürlich auf der Startseite dann auch anzeigen. Dazu habe ich ein kleines Verzeichnis Partials angelegt und dort habe ich eine Datei mit einem kleinen Snippet angelegt, wo dann diese Flash Message ausgegeben wird. Also es ist einfach nur so ein Skript. Ich hole mir die Messages, gucke, ob es welche gibt und wenn ja, dann iteriere ich das durch das Array und gebe die aus. Dieses Snippet habe ich dann in meiner Index.php einmal eingebunden. Diese Weiterleitung, die ich habe, das ist auch schon der Bereich Ausgabe in meinem Skript. Es ist ganz wichtig, dass eure Actions nach dem Schema Eingabe, Verarbeitung, Ausgaben separiert sind. In unserem Fall brauchen wir aber zwei Ausgaben, einmal bei Erfolg und einmal bei Nicht-Erfolg. Bei Nicht-Erfolg rendere ich einfach nur wieder die alte Form mit den Daten, die ich vorher eingegeben habe. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich ein Daten-Array zusammenbaue aus den Eingaben und übergebe diese dann an meine Registration.php. Wir können ja das Ganze durchspielen. Ich habe jetzt alle meine Daten korrekt eingegeben in die Form, drücke auf Account anlegen und werde dann sofort weitergeleitet auf Slash und sehe da unsere Flash Message. In meiner Datenbank kann ich dann hier oben auf Daten klicken und dann mir dann die Daten anschauen. Hier stehen schon die ganzen Daten. Man sieht auch hier das Passwort abgespeichert. Alles schön. Mich würde es interessieren, ob du ein anderes Tool für phpMyAdmin benutzt oder benutzt du auch phpMyAdmin auch im Live-System? Schreib es doch unten in die Kommentare. Falls du was anderes benutzt, schreib es auch gerne in die Kommentare rein. Ich gucke mir immer gerne neue Tools an. Wie du das Framework bei dir lokal installierst, habe ich ja in diesem Video hier oben verlinkt und weitere php-Tutorials findest du in meiner Playlist hier unten. Viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss.